Ja, mein Name ist Lothar. Ich gehöre mit zum Base-Team und bin dort aktiv im Gebetsteam mit tätig. Und ich liebe diesen Job, denn immer wenn ein Aufruf ist und ich mit nach vorne gehen darf, dann bin ich so beeindruckt von der Gegenwart Gottes, die dort herrscht. Und ich weiß ganz genau, Leute, die nach vorne kommen, die kommen nicht zu uns, die mit den Leuten beten, sondern die kommen zu einem Gott, der Gebet erhört und Leben verändert. Und so weiß ich an einer Situation, die ist jetzt ungefähr ein Jahr her, da kam ein junger Mann zu mir und sein Herz war sehr, sehr schwer bedrückt und ich sagte, was seine Not ist. Und er sagte, hör mal, mein Vater hat Krebs. Er hatte Tränen in den Augen, hat wirklich darunter gelitten. Und ich hatte alle Freiheit, ihm zu sagen, du, wir beten für deine Situation, weil ich selber aus einer Situation komme. Meine Mutter hatte dreimal Krebs und wir durften das einfach erleben, wie Gott ihr nachgegangen ist, wie Gott sie berührt hat und wie sie heute immer noch lebt und voller Lebensenergie sprüht. Nur zu diesem Zeitpunkt, wo ich mit ihm gebetet habe, da wusste ich nicht, dass ich selber voller Krebs war. Ich hatte ein halbes Jahr vorher angefangen abzunehmen. Mein Gewicht ging von 74 Kilo auf 65 Kilo runter. Ich war so ein bisschen stolz. Mein kleiner Waschbärbauch, der hat sich wieder zurückverwandelt in einen Waschbrettbauch. Und ohne Zutun abzunehmen, ist ja eine tolle Sache. Nur meiner Mutter war das Ganze unheimlich und sie war am Knorren und sagt, lass dich mal untersuchen. Aber da ich keine Anstalt machte, zum Arzt zu gehen, hat sie einfach einen Termin für eine Magenspiegelung anberaubt, zu dem damaligen Zeitpunkt. Den habe ich dann auch wahrgenommen. Und dann wurde mir kurz danach mulmig, als der Arzt hat pausenlos versucht, mich anzurufen. Man hat das Telefon ging und ich denke, wenn der Arzt dich hat, schon anruft zu Hause, dann ist das irgendwo schon mal schwerwiegendes. Und so hatte ich dann ganz kurzfristigen Termin in die Praxis. Ich weiß noch, wo ich dort reinkam, sagte die Arzthelferin zu mir, der Arzt kommt gleich, aber ich gebe Ihnen schon mal einen Brief. Das ist die Überweisung zum Krankenhaus. Den habe ich dann genommen und mich ins Wartezimmer gesetzt. Natürlich konnte ich nicht warten. Ich habe diesen Brief aufgemacht und las dann so Zeilen wie Tumor im dritten Stadium. Und ganz unten am Brief, da stand dann, die Eintragung ins Krebsregister ist unsererseits bereits erfolgt. Und wenn man sowas liest, dann meint man in den ersten Minuten, es ist ein Film oder es betrifft dich nicht. Und bis ich das realisiert habe und gemerkt habe, es haut in dein Leben hinein, ganz auf einmal kommt wirklich alles zum Stillstand. Deine ganze Zukunftsplanung, alles steht still. Und die Gedanken, die fangen sich an zu kreisen. Und ich wurde zum Arzt dann hineingerufen. Der sagte mir nur, Sie müssen ganz schnell ins Krankenhaus, wir müssen schnell operieren. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was soll das heißen? Die Eintragung ins Krebsregister ist bereits erfolgt. Und er sagte mir, ja, Sie haben Krebs im Fortgeschritten im Stadium, es sieht hier nicht gut mit Ihnen aus. Und wenn man so eine Botschaft erfährt, man weiß nie, wie man reagiert oder wie man das auffasst. Ich weiß noch, ich bin dann nach, meine Eltern wohnen nicht weit weg, ich bin wohl zu meinen Eltern rüber. Die wohnen direkt an einem See und da war gerade so ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und dann habe ich gesagt, das musst du jetzt erstmal verarbeiten und dann bin ich an diesen See gegangen. Und meine eigene Reaktion hat mich schon so ein bisschen verwundert, auch über mich selbst. Statt die Frage, warum oder wieso, empfand ich auf einmal so eine riesen Dankbarkeit für mein Leben. So mein ganzes Leben, das lief dann wie so ein Film vor mir ab und da war nur eins, ich sagte Gott, danke. Du hast mir bis jetzt so ein Hammerleben geschenkt, ich kann dir nur Danke sagen. Wenn das jetzt zu Ende ist, ist es ein bisschen kurz, aber es war super. Und dann bin ich rüber zu meinen Eltern. Ich merkte diesen Schlag auch in der Familie, wie meine Eltern aufgelöst waren. Tränen flossen. Dann rief mich zur gleichen Zeit einer von unserem Base-Team ein, der Ritchie. Viele kennen ihn und er sagte, du, wir kommen heute Abend noch bei dir zu Hause vorbei. Wir wollen für die ganze Situation beten. Und ich weiß noch an diesem Abend, mein Raum füllte sich. Der Raum war ja auch dem Base-Team bekannt für Gebet, weil es ist ein Raum, wo wir sehr oft für unsere Base-Gottesdienste beten, wo wir wirklich auf den Knien ringen, dass die jungen Leute Gott erleben. Und wenn ihr mal erlebt, wie die beten, die beten nicht für einen tollen Gottesdienst, die beten nicht für super coole Musik, sondern die beten für die Gegenwart Gottes, die beten, dass Berührungen mit Gott stattfinden, dass man den Herzschlag Gottes fühlt. Und die Räumlichkeiten waren vertraut. Und der Raum, der füllte sich sehr schnell mit 20 bis 30 Leuten aus Base-Team, aus der Familie, von Freunden. Und der füllte sich nicht nur mit Menschen, sondern der füllte sich mit so einer massiven Gegenwart Gottes, dass wir alle total berührt waren, wie mächtig Gott der gegenwärtig war. Und das war mir eine Riesenhilfe. Das war so, als ob Jesus zu mir gesagt hat, Lothar, du hast einen harten Weg vor dir, aber du bist in dieser Situation nicht allein, sondern ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und so kam wirklich an diesem Abend so ein übernatürlicher Friede Gottes auf mein Leben, der mich dann auch eine ganze Zeit weiter massiv getragen hat. Und die nächsten Wochen und Monate, die wurden dann schon zu den härtesten meines Lebens. Es folgten dann erst drei Chemos. Und ich weiß noch, an diesem Abend sagte ich noch als Gebetsanliegen, ich sage, Leute, betet für eine schnelle Heilung oder für einen schnellen Heimgang. Das dazwischen, dafür bin ich nicht gemacht. Da weiß ich nicht, wie ich das tragen soll. Es folgten dann praktisch die drei Chemos. Und dann kam die OP. Und ich weiß noch, dass ich den Ärzten gesagt habe, Leute, ihr dürft eins wissen, und so viel wurde noch nie vor eurer Arbeit gebetet, wie dann, wenn ihr mich morgen früh operiert. Und die OP wurde dann wirklich als etwas, womit keiner gerechnet hatte. Es gab an diesem Tag wirklich riesige Komplikationen. Statt fünf Stunden wurde neun Stunden operiert. Und man hatte festgestellt, es war nicht nur der Magen, sondern die Speiseröhre war befallen. Sie mussten den Magen entfernen. Die Speiseröhre, aufgrund dessen konnte man auch den Dünndarm nicht mehr hochziehen und die Milz da annähen. Die Milz wurde entfernt und wurde dann direkt der Dickdarm oben angenäht. Das war also für mich die harte Variation, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Und die mir dann auch wirklich eine riesige Enttäuschung nach der Narkose gebracht hatte, dass der Eingriff so schwer war. Und die Ärzte haben bei der OP wirklich um mein Leben gerungen. Aus fünf Stunden wurden neun Stunden. Und ich habe nachher gehört, die Ärzte wussten auch nicht weiter. Aber sie haben den Professor Hölscher, das ist so eine Konifere, der hat diese OPs entwickelt. Das ist eine Zweihöhlen-OP, einer der schwierigsten OPs, die es gibt. Die haben beratschlagt und haben wirklich gesagt, wir probieren es. Ich hörte dann nach meiner OP nochmal, wie er sagte, der ist jung, der kann das schaffen. Und haben praktisch dann sich wirklich viel, viel Mühe gegeben und mich wirklich ganz knapp am Tode vorbei durch diese OP gebracht. Und ich weiß noch, am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, ich konnte erst mal fast nichts sehen, ich war blind. Und hatte einen riesigen Durst gehabt und durfte aber dann auch wochenlang, die nächsten zwei Wochen nichts essen, noch nichts trinken. Und man hat mir so ein kleines Schälchen mit Wasser hingestellt, was ich kaum erkennen konnte. Das Wasser wurde rot gefärbt und ich durfte so ein Wattestäbchen da eintauchen und meine Lippen befeuchten. Und hier merkte ich zum ersten Mal so eine Hilflosigkeit. Ich wusste zwar, Gott ist da, es ist alles in seiner Hand, aber trotzdem habe ich so eine riesige Einsamkeit in der Zeit gespürt. Ich war das erste Mal so in einer Zeit, wo ich keine Kraft mehr hatte zu beten, aber war dankbar, dass Familie, Freunde mir gesagt haben, hör mal, wenn du keine Kraft hast zu beten, du brauchst es nicht, wir beten für dich. Und das war mir dann immer noch Trost. Und dann nach dieser OP folgte dann noch eine weitere Chemo. Und das war dann eine Zeit, wo ich jede Zukunft und jede Lebensperspektive über mein Leben verloren hatte und nur noch einen Wunsch hatte, wo ich gesagt habe, Gott, lass das doch bitte zu Ende gehen. Ich will nur noch nach Hause. Und ich weiß noch, zu der Zeit kamen da Jonathan und Thomas und Ritchie, die kamen zu mir nach Hause, um für mich zu beten. Und ich habe mir alle Mühe gegeben, sie zu überzeugen, zu sagen, Leute, hört auf zu beten, dass ich gesund werde. Ich möchte nach Hause. Betet für meinen Heimgang. Aber die haben sich nicht darauf eingelassen und fingen stattdessen diesen Song zu singen. Alles neu. Und ich merkte in der Zeit, wie auf einmal ganz neue Lebensperspektive in mein Leben hineinkam. Ich habe in der Zeit auch nur noch an einem Bibelfers mich festhalten können, im Psalm 25, 3. Da steht, keiner wird zu schanden, niemand wird zu schanden, der auf Gott tat. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keinen Glauben mehr, keine Kraft zum Beten mehr. Aber sage ich, Gott, auf dich warten, das kann ich. Und dann dieses Lied in meinem Wohnzimmer, alles neu. Und so begann sich dann kurze Zeit danach, auf einmal alles zu verändern. Ich weiß noch, irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, bin ich morgens aufgewacht und meine Frau sagte und guckte mich an und sagte, Lothar, was grinst du? Und dann dachte ich, wenn ich jetzt wieder grinse, dann bin ich zurück. Dann ist der Lothar wieder da. Und so kamen wieder neue Lebensperspektive in mein Leben und neue Freude, neue Dankbarkeiten. Ich merkte, Gott ist einfach da. Und es hat mich total gefreut. Und dann passierten Sachen, die auch gar nicht möglich sind. Normalerweise, wenn einem der Magen fehlt, die Speisehäure fehlt. Ich habe ja abgenommen nach der dritten Chemo, nach der vierten Chemo auf 56 Kilo. Die Ärzte haben mir gesagt, ich werde das folgende Jahr noch 10% weiter abnehmen. Aber anstatt abzunehmen, habe ich in den letzten drei Monaten 7 Kilo zugenommen. Und da sagen die Ärzte zu mir, hier sprechen wir vor einem Wunder, das ist gar nicht möglich. Und jetzt darf ich hier sitzen und merken, obwohl ich eigentlich zerrupft bin, manchmal sage ich so scherzhaft, ich brauche keinen Organspendeausweis mehr. Ich bin schon ausgeschlachtet, da ist nichts mehr zu holen. Aber ich merke, wie über der ganzen Situation Gott steht und mir Lebensqualität wieder geschenkt hat, Lebensfreude geschenkt hat. Wie Dinge gegen jede ärztliche Vernunft einfach stattfinden, Gewichtszunahme, Freude da ist. Und ich merke, dass Gott mir eine ganz neue Freude, eine neue Perspektive geschenkt hat. Und es ist einfach greifbar. Gott macht alles neu. Und wenn ich dir etwas aus dieser Geschichte, die ich jetzt selber erfahren habe, mitgeben darf, das ist so etwas, was mein Herz bewegt. Ich bin ja gerne auf dem Schiff. Und wer viel Schiff fährt, der merkt das, oder der weiß, dass beim Ein- und Auslaufen immer ein Lotse an Bord kommt. Und dieser Lotse ist der Ortskundige, der kennt die ganzen Untiefen und die Strömungen, die das Meer dort aufwartet, wenn das Schiff in den Hafen läuft. Und was ich dir gerne sagen möchte ist, hast du, wenn dein Leben durch diese Untiefen geht, durch diese Stürme geht, hast du den richtigen Lotsen an Bord, der alle Untiefen und Stürme deines Lebens kennt. Nicht nur die gewesen sind, sondern auch die gegenwärtigen und die zukünftigen. Ich habe Jesus als diesen Lotsen erfahren, der mich selbst durch diese härteste Zeit in meinem Leben einfach begleitet hat. Ich habe mich zwar aufgegeben, aber ich habe gemerkt, wir haben einen Gott, der uns niemals aufgibt, der die Hand streckt. Und ich habe einfach erfahren, mit so einem Glaube ist für mich so etwas ganz Persönliches, Lebendiges, Beziehungsmäßiges, Beziehung zu haben, Freundschaft zu haben mit Jesus. Und er ist der Lotse, der uns durch die Tiefen und Stürme des Lebens führt. Und wenn du etwas behalten darfst in meiner Geschichte, dann ist es, dass du wissen darfst, es gibt einen Lotsen, der bereit ist, dich durch alle Untiefen des Lebens zu führen. Ich wünsche dir einfach eine ganz, ganz gesegnete Zeit. Amen.